Das kann ich ja zurechtschneiden. Das kommt bei Lars in die Wohnung. Da hat er doch schon so viel, denke ich. Ich hab zum Fall erst mal gelesen, was da raussteht. Da hat man sich mal gefragt, wie viel der Hild ist. Oh, guck mal da hinten. Da hinten ist was anderes. Vielleicht können wir das kaputt machen. Oh, ja!